Moin Moin zusammen und willkommen bei einer neuen Runde GTA 5. So wir sind wieder mit Trevor unterwegs und sind für unsere Hauptaufgabe diesen Hafenilfe drin gerade dabei ein Tauchrobot zu besorgen. Und ich muss mir noch hier ein schönes Auto aussuchen. Ich würde sagen wir nehmen den schwarzen hier. So Wegpunkt habe ich schon gesetzt. Aber wir haben jetzt nur noch eine Mission offen, nur noch mit Trevor. Mit den anderen zwei Charakteren haben wir jetzt eigentlich alles gemacht. Mal gespannt wann die neue Mission aufgeht. Wie gesagt, zur Zeit ist nur noch das Tauchrobot offen. Und ich denke mal dann wird auch die Aufmission hier bald mit Trevor gestartet. Und dann bin ich mal gespannt wie es insgesamt weitergeht. Also wir dürften ja jetzt glaube ich ungefähr bei der 20. Folge sein oder so. Ich habe überhaupt keinen genau Überblick. Aber ich muss sagen bis jetzt die Spielzeit ist vollkommen in Ordnung. Das überrascht mich eigentlich recht positiv und ja. Ich hoffe noch ein paar Stündchen geht die auch spielen zu dürfen in der Kampagne. Dann geht der Anruf. Wer der fuck ist das? Der Typ hält dich aus der Gaschamber. Townley ist auf seinem Weg. Wir müssen sprechen face to face. Warehouse off Dutch London in Banning. Oh, wir können mehr als sprechen, mein Freund. Okay. Keine Ahnung wer das war. Aber er startet einfach eine Mission. Aber gut, wir müssen nie da unten in die Gegend hin, also passt das was gut. Aber ich könnte jetzt auch wechseln. Er blinkt. Er blinkt. Ich soll das Ding wechseln? Ich soll das Michael wechseln? Das sind die besten Freunde ever. Okay. Das ist ein bisschen was. Ich glaube, du. Ich habe mal die Oh! Er erinnert mich von einer dieser Leute, die man sieht, für die Menschen in der Mitteilung, die keine Erektion zu bekommen. Hey, Devin Weston? Er ist ein sehr guter Freund von mir, also, warum nicht die Hände? Weil ich euch erzähle etwas, dieser Leute bekommt mehr Taill... ... als ein Taillketscher! Ich muss das nicht vergessen. Du! Wo sind wir? Keine Ahnung, Freund. Ja, wir waren. Hey, oh! Was machen wir hier? Das! Bitte! Bleib den Schlepplaster weg von mir! Nein, nein, Ferdinand! Er ist weg! Er ist weg! Es ist okay, ich habe ein paar neue Freunde hier. Das ist Michael... ... und das... ... ist Trevor. Nein! Jetzt, unser Freund hier... ... er sagt, dass er nichts kennt. Ich weiß nichts! 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 Bitte! Bitte! Sir! Ihr wisst über die Azerbaijanis. Huh? Azerbaijanis! Ich mache Audiovisual. High-five Audiovisual. Top man! Good prize! V.I.P. You're a fucking spy! Und die Asswipers in der Agencie wissen das! Nein! Also, ich muss wissen... Was haben Sie gesagt, und was haben sie gesagt? Ich habe gesagt, was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Ich... Ich... Was ist das? Was ist das? Das Haus... ... in der Rockwood-Hill. Das Mann, der sich befindet. Er arbeitet in der Konsolid. Oh, das ist alles, was ich weiß. Das ist es... Das ist es. Das ist es... Ich gehe. Ich gehe. Nein, 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 nein! Sie zwei fahren nach Rockwood-Hills. Nein! Und wenn wir herausfinden, welcher Mann ist der Mann mit dem Problem, du ihn schiefst. Nein, 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 nein! Denn ich bin zufrieden von diesen fucking nitwits in der Agencie taking all die glorie. Ich gehe. Hey, was ist das alles? Ich glaube, es ist ein guter Moment, buddy. Ich glaube, es ist ein guter Moment. Es ist ein guter Moment. Ich bin ein guter Moment. Ich bin ein guter Moment. Du kommst zu arbeiten, und ich bin nicht hier. Nein, nein, nein. Der Mann ist dein neighbor. Caesar's Place. Rockford-Hills. Okay. Also von Trevor möchte ich, glaube ich, auch nicht gequält werden. Ich möchte überhaupt nicht gequält werden. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, je mehr ich sehe von deinem Boss, je mehr ich ihn mag. Ich bin dir. Ich wäre nicht so kritisch gewesen, von dem anderen mit sich. Also ist er ein Problem? Für sicher. Aber es gibt nichts, was wir darüber tun können. Wenn ihm etwas passiert, dann wäre ich direkt unter einem Mikroskop. Ich wäre direkt unter einem Mikroskop. Ein elektronik Mikroskop von bürokratischen Scheiß. Und das würde es sehr schwierig halten. Oh, gut. Für dich. Du weißt du, wer noch Probleme zu halten, scheiße? Ich. Nachdem du Trevor gebracht hast. Ich habe ihn nur nachdem, nachdem du deine ... Nachdem du deine ... Nachdem du deine ... ... und ich habe ihn wieder. Die Los Santos Reboot. Wenn wir nicht die Situation nicht kontrollieren, und er das Verbindungen nicht mehr, dann was? Dann Trevor ... ... fliegt mich, ... 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